Beim Rückspiel wird das genau so sein. Jasmin Kapsic in der Halbzeit das Ganze analysiert und der Kent Klippke seit seiner Jugend hat ihn zu einem sehr guten Torwart geformt. Ja, und da sehen wir auch in der Flummo. Und da wieder Retour. Hat er ein Potenzial? Aber das ist natürlich auch. Wir sind jetzt schon in der beginnenden siebten Minute. Das war schon auch ein riskantes Anspiel. Und es gibt die 2 Minuten Zeitstrafe noch dazu. Arm ist oben. Jetzt geht es in die andere Richtung. Zulijakovic probiert direkt daneben. Passt ins gesamte Bild. Den hat Klippke. Und da ist Mellegard aufmerksam. Schabor. Klippke macht er richtig gut mit diesem Druck. Der macht aus dem 7 Meter einen 8 Meter. Passt aber trotzdem. Am Kreis. So geht es rein in die zweiten 30 Minuten. Rubin. Der passt. Der passt. Rubin. Von Firnhaber. Offensiv angegangen. Der kommt richtig gut raus aus der Kabine. Und aus dem Interview. Sind die Zuschauer dann sofort da. Wenngleich es ja erhebliche Lücken gibt hier auf den Tribünen. Ein großes Problem. Und Klippke hat den nächsten. Und nächste Kontershance. Über Rubin. Macht er selbst? Ja, macht er. Wenn sie natürlich solche Riesenchancen liegen lassen. Jetzt noch. Das war auch mal überfällig. Das ist nicht das von ihm. Bödel. Metzner. Nochmal. Ich habe es in der ersten Hälfte schon mal angedeutet. Und gesagt und angesprochen. Das geht. Lukas Becher. Hier ein bisschen was zu korrigieren. Passt zum ganzen Gesehenen. Wenn wir von einer Krise gesprochen haben sollten. Ich glaube das Wort ist nicht gefallen. Aber wenn man darüber nachgedacht hat. Mach nur zu acht Punkten. Zuletzt beim Herzen Erlangen.